Was sehe ich denn? Wir brauchen Klopapier, ich bin mir sicher. Das wird doch immer wichtig sein für uns. Oh, das ist Währung. Ja, danke. Ich habe Klopapier. Okay. Ich weiß nicht, was meine anderen Upgrade-Karten sind, aber ich kann die alle upgraden jetzt. Scheiß drauf, der Dolch geht hoch. Ich bin richtig der Assassine jetzt, Alter. Ich muss da kurz bissle looten. Mach du, ich geh runter. Du Idiot! Warum? Ja, weil ich jetzt nicht looten kann. Ach so. Oh nein. Du musst mir helfen. Ich schraube die Suppe und... ... ich bin in den Eis. Aber ich habe den Jackpot. Schau! 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 Du musst einen Weg finden, um das Eis zu lösen. Schau! Meine Balle sind geflogen. Elven-Tresor. Das sieht aus wie ein Trapp. Ich warte, Kyle ist hinter dir. Ja, Kyle. Ja. Ich kann dir helfen, Kyle zu lösen. Schau mich aus hier. Ich gebe dir auch ein Tresor. Was machst du? Ich bin nicht sicher, dass ich ihn vertraue. Aber ich will, dass du das Risiko nehmen kannst. Schau auf den Tanker-Truck. Ich meine, kein Juggernaut. Ich schreibe ihn durch den Eis. Du musst die Schlüssel und das Gas finden. Du weißt, wir lernen zu fahren. Aber... Jetzt müssen wir die Schlüssel suchen oder was? Äh... Die bisschen habe ich schon. Echt? Äh... Ich glaube, ich habe einen Tank. Warte mal. Achso, ne. Hab ich nicht. Bisschen Toilet Paybox gefunden. Achso, du musst hier hin. Achso, ja. Ich war hinten an meinem Schlüssel. Ich komme gleich. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Nein, ich komme zu dir. Ich loot hier und dann... Ja, wir müssen doch eh beides machen, oder nicht? Ja. Aber wir sind doch jetzt hier beide schon. Hey, Kanon! Wenn du einen Kanonkugel in die da steckst, kannst du die Blöcke von Eis. Ha, Player 2. Es ist ein Kanon. Ich habe eine Kanonkugel. Ich habe eine Kanonkugel. Ich habe eine Kanonkugel. Warte. Aber, Arne. Du hast vielleicht eine Kanonkugel. Aber kannst du auch zu einem Geist werden. Keine Ahnung, was ich mit dieser scheiß Kanonkugel machen soll. Scheiß drauf. Was ist denn das hier? Ich glaube, ich hätte hier irgendwas Kanon belten sollen, aber egal. Benötig die Kanonkugel. Steht hier. Ja, aber was willst du mit der? Toilet Paper, Toilet Paper. Ja, dann lass den scheiß machen. Auf geht's. Na ihm da. Da unten liegt einfach einer tot. Bist du rechts da? Ja, ich habe gelootet. Ich habe schon 106 Toilet Paper. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. 166. Ist ja lächerlich. Hier ist es. Ich habe gerade... Oh! Scheiße! Das war nicht so gut. I have a bullet. Ow. Gute Medizin. Oh no! Ouch! Ich habe einen Scheiß Bullshit-Karten, Alter. Kinderkanone. Ach du Scheiße. Oh Junge, er mutiert. Bullshit-Karte. The enemy can throw small-sized characters in you for damage. No! I couldn't pull. I eat. Too rough. Ah! 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 Oh nuts! Junge! Ein bisschen ficken! Ah! Ah! I'm dead! Junge! Kaboom! Ah! Ah! Ich habe einen Bomb! Ah! Die Verbindung zur Kontrolle wird unterbrochen! Nein! Okay, weiter geht's! Oh! Ich bin nicht tot! Ah! Ah! Ich bin nicht tot! Ah! Oh! Ich bin nicht tot! Ah! 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 Ich bin tot! Ich bin nicht tot, Er hat mich, hast du gesehen, Kamerl hat mit mir gesprochen. Ja, du scheiße bist. Oha. Vor wo werden wir denn noch beschossen? Da oben. Woller nicht. Einfach irgendwo hoch hier. Scheiß Viecher. Ab den Wechsel, Alter. Hier ist auch noch einer. Siehst du, ich werde gelobt, weil ich so viel Furz. Du bist der beste Furzer der Welt. Naja. Ich habe das Gas auf jeden Fall. Aber wir müssen zurück. Okay, weiter geht's, oder was? Nice job, surviving that ambush. Das ist Jimmy, Alter. Behold, several wonderful trophies. How does that look? Ganz mal ein gutes Upgrade jetzt. Ich habe ein Toilettenpapier ausgegeben. Ey, das ist ein Upgrade, hatte ich schon mal, Alter. Man muss das jetzt jede Runde neu aussehen, was. Excellent selection. Rest of your journey. Crazy weather we're having, huh? Seein' this? Hey, new kid. Have you gotten any foil cards yet? They improve your upgrade cards. There's a foil card in that chest right there. Go ahead and grab it. Pretty nice, right? These are hidden all around the battlegrounds. Just keep an eye out. Okay. We just got to stop meeting like this. Noch ein Upgrade. Ich hab' schon freigeschaltet. 20 Blatenteile. Ich muss jetzt ein bisschen mit dem Bogen schießen. Meine Bogen sind jetzt OP, Alter. Ich geh mal zum Tankding. Ich geh mal zum Schlüssel. Ich geh mal zum Schlüssel. Ja, alles klar, was denn des? Ja, die ficken wir, Alter. Meine Bögen sind OP jetzt. Jum, ich kann dich zielen. Ja, stell Sense runter, du Opfer. Gute Analyse, Arne. Mach' ich. Boah, Junge. Ich fixe, Alter. Oh, ich würd' gehauen. Scheiße, ich hätt's vielleicht nicht jetzt machen sollen, hä? Scheiße, ich rufen so'n Schieß da auf mich. Ja. Er ist unsichtbar. Ich mach' mich auch unsichtbar. Warte. Mach' sieb' ich nicht mehr, Arne. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist, Arne. Mach' sieb' ich nicht. Ich bin tot. Es könnte ein paar süße Sachen in diesen Cargo-Containers sein. Check' mal. Hier ist ein Pender, Alter. Oh, oh. Das war keine gute Idee. Du hörst mich. Dammit. Dammit. Einen hab' ich. Och, ich steh' genau vor dem. Den hab' ich grad gekillt. Ja. Ach, die reg' mich einfach. Junge, ich hink' fest. Oh, Junge, dieses hohe Schnee, wo man reinfällt, ist auch so kacka. Weggesnipet, du Arschloch. Hier läuft einer. Der Kleine. Und ich bin Quick-Sniper, Alter. Oh, ja, Mann. Ich glaub' wie er explodiert ist. Komm' ich noch rein. Durch'n Schild sogar. Was? Noch mehr? Oh, da hinten. Ja, ich werf' meine Explosions-Pfeile auf die. Jetzt nach, du zwei Junge, ich fick' die. Der da unten läuft weg. Der da unten ist einer weggelaufen. Den hol' ich mir. Hier ist einer in dem hohen Schnee irgendwo. Scheiße, einer ist geflüchtet, Arne. Oh, hell yeah, we did it. Now go back to the pond and get that treasure. Auf geht's, Kollege. Wir haben's, oder? Ja. Holst du den Schlüssel eben? Hab ich schon. Sehr gut. Ich fuhl's mich ein bisschen durch die Gegend. Da sind noch ein paar Ticknicken hier. Boah, die Upgrades sind alle scheiße, Alter, aber ich will nicht für 75 neue Mischung, Alter. Bleibt, Alter, da bist du schon. Lass' ich schon geupgradet. Jetzt, äh. Und ich bin... Fangen wir jetzt selber an? Gut, aber selber anfangen. Okay. Bring it to the truck. Wo hab ich jetzt das gemacht? Sehr gut, Arne. Ich bin schnauzer. Oh, danke Gott, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast mich geholfen. Ich bin hier in den ganzen Tag. Ich würde mich rauskommen, aber da ist ein Level 3 Elven lock auf der Tür. Ich bin so glücklich. Ich habe diese Kiste voll von Toilettenpapern. Jeder in der Stadt ist schnauert diese Sachen. Especially diese verdammte Stotch. Es ist mehr wert als Geld. Ich bin rich. Ich bin richer als Stotch. New Kind. Wir finden, wo Kyle ist schnauert. Oh, ja, Kyle. Ja. Ich kann dir zeigen, wo er ist. Aber, uh, oh, man, ich bin hier so lange hier so lange, ich muss wirklich gehen und schnauert. Just, uh, look within yourself und you'll find all the answers you need, you know? Believe in yourself und all that stuff. It'll be a reveal. Ich will go take a shit and rub this Toilettenpapern in that fucking Stotch's face. Ich glaube, es ist eine Falle. Ich glaube auch. Oh, ja.